Wir werden jetzt eigentlich bestens vorbereitet. Ja genau, iWokey Gamer ist da. Ah! Ein Killer-Clone ist im Haus, ich hatte was gehört. Wir müssen ins Badezimmer online. Oh. Ah! Okay. Schnell, iWokey Gamer ist da, macht die Tour zu. Ich setze euch noch richtig hin und dann mache ich die Tour zu. Ah, ein Killer-Clone. Ein Killer-Clone ist... Der Alzea, oh Gott, geht das jetzt? Ich reist hier nicht so. Ja jetzt. Okay. Irgendwo unten rum in der Lagerbesprechung. Voll, ist sofort gerade ein Killer-Clone. Ja, das stimmt. Oh nein, ich habe so Angst. Ich habe auch richtig Schiss. Ich mag zwar Glase, aber nur diese Lustigen. Halt mir mein Vater, aber dann nicht so einen Killer-Clone. Nicht, dass der mit einer Machete zu uns kommt, dann... Nicht, dass der uns auch irgendwie entschützt oder foltert, wie ihr zuerst mich foltern wolltet, wo ich denn gekommen bin. Ja stimmt, oder vielleicht sogar noch schlimmer. Naja, Freunde. Das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Wir haben jetzt halt hier mal die Tür zugemacht. Aber jetzt müssen wir uns hier verstecken, irgendwie. Ich hoffe, der Killer-Clone kriegt uns nicht. Das hoffe ich ehrlich gesagt auch. Alle haben noch unsere Killer-Clones. Das stimmt, dass es vor allem in Deutschland gibt. Das ist einfach richtig cool. Jetzt gibt es hier Kinder-Clones in Deutschland. Und zuerst ist XOXO wieder da. Und jetzt Killer-Clones. Oh nein. Wir müssen uns vor diesem Clown schützen. Und ich habe leider meine Nervenaster vergessen. Oh nein. Oh nein. Ich bin ein richtiger Tollpatsch. Oh nein. Oh nein. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen uns einfach hier versteckt halten. Bleist es eigentlich das? Müssen Sie noch jemanden an die Tür anklopfen? Das wäre nicht gut. Ja ja, das stimmt. Das dürfen wir auf gar, gar, gar keinen Fall zulassen. Ja genau. Das dürfen wir echt nicht, Ayo-Clones. Oder wenn, dann müssen wir diesen Killer-Clones besiegen. Nur so blöd ist, dass hier drin keine Waffen sind. Wir haben allerhöchsten Shampoo oder Deo, dass wir den in die Augen spuren können, damit der auch nicht mehr sieht und wir dann weglaufen können. Elmo. Das ist doch die geniale Idee. Also. Ich hole mir jetzt einfach hier so ein Ding. So ein Spray-Ding. Jetzt spüre ich es damit noch nicht. Im Notfall werde ich anfangen, damit spuren zu müssen. Und dann. Bam. Wenn ich gleich jemanden klopfen sollte, mache ich das. Weil. Guck mal Freunde, die Tür ist zu. Als Beweis. Dann spure ich einfach so, sobald die Tür aufgeht oder einer klopft. Und dann bam. Hätten wir ihn in der Falle. Ganz easy eigentlich. Weil dann klopft denn hier jemand. Das stimmt, okay. Ich muss mal kurz auf Toilette. Toilette. Ihr haltet hier die Stelle und guck mal was da. Okay, machen wir. Oh nein. 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 Das muss doch der Killer-Clown sein. Aufmachen. Ich bin's der Killer-Clown. Okay. Ja, mach. Okay. Ich muss damit das gleich spuren. Bevor er die Tür aufreißt. Ah, die Tür ist auf. Oh nein. Warum geht das denn nicht an? Ich kann damit nicht spuren. Wir müssen abhauen. Wir müssen abhauen. Ich muss an mir hingehen. Nach ganz oben. Nach ganz oben. Ihr habt recht. Der müsste noch ganz oben. Wow. Oh nein. Dieser Killer-Clown jagt uns. Ja, stimmt. Krümelmonster. Der Klau doch auch mal was. Ja, das ist echt angenehm. Siehst du gerade? Oh, der lässt sich halt Angst verklauern. Ja, so erstimmt. Kieselt ihr euch mal hier hin? Elmo, du auch. Oh nein, Krümelmanns dann nicht wieder umfallen. Nein, Krümelmanns dann nicht wieder umfallen. Du musst aufpassen. Nicht, dass uns der Clown hört. Okay, wir müssen hier unsere Lagerbusspresse weiterführen. Irgendwie kommt das Spray-Ding nicht funktionieren. Als wenn das irgendwie mit irgendwas drin kleben würde. Ich konnte nicht runterdrücken und ihn das dann an die Aufenspur hin. Stimmt, also... Richtig gefährlich. Herrlich. Wir müssen uns jetzt hier verstecken. Achso, jetzt muss ich das Ding da noch zumachen. Hier das Ding. Das muss ich noch zumachen. Wir machen das mal hier weg. Und machen das hier zu. Ja, so müssen wir es. Zunächstens sind wir das so gut, wie es geht. Wir müssen auch gut und leise sein. Zunächst, dass der Clown auch noch hier findet. Weil, okay, habt ihr eine Idee, was wir jetzt machen können? Wir müssen uns verstecken. Ja stimmt, wir müssen jetzt Katz und Maul spielen mit dem Clown. Ja genau, wie bei was wir. Ja, wie bei was wir mit XOXO. Wir müssen jetzt am besten... Nächstes ist uns der Clown hier irgendwo... ...kriegt, weil ich halt das entschritt. Ayuroki Game Master. Elmo, Krübelmonster. Versteckt euch nicht vor mir. Oh nein, Leute, dass wir ein bisschen Hilfe holen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Weißt du, wem da als Hilfe holt, Ayuroki Game Master? Ich hab da eine Idee. Was sagt sie uns? Wir rufen XOXO als Hilfe. Also die Lieben, das würde ich nicht ihre böse Zwilling-Schwester sein. Und die Liebe, XOXO. Ja, gute Idee. Okay, ich werde sich mal gleich auf dem Handy anrufen. Ich werde ihr den Ernst der Lage erzählen und dann fragen, ob sie vorbeikommt. Okay, ich mache das. Okay, ich ruf an, ob es wird. XOXO, komm schnell vorbei. Ein Killer-Clown jagt uns, du weißt ja, heute ist Killer-Clowns-Nacht. Wir müssen jetzt, und wir müssen leiser sein, wir verstecken uns gerade und der Killer-Clown verfolgt uns. Was? Du bist in fünf Minuten da? Okay. Okay, sehr gut, XOXO. Es gibt gute Nachrichten. XOXO ist in fünf Minuten da. Wir müssen jetzt nur noch hier auf sie warten. Und dann können sie diesen Killer-Clown und ihrem Schrei einfach bewusstlos machen. Aber wir müssen so lange hier uns leise verstecken. Hm, wo könnte denn ein Wookie-Gamer-Clown, wenn man es da unten irgendwo muss stecken? Vielleicht im Schlafzimmer. Oh, der ist schon ganz nahe dran. Der ist in dem Schlafzimmer. Hoffentlich schnappt er sich nicht die Nerf-Waffen. Wir müssen gucken gehen. Wir müssen die Nerf-Waffen verteidigen. Ja, stimmt. Wir dürfen nicht zulassen, dass er uns unsere besten Waffen mitbegleit nimmt. Okay, wir gehen da jetzt einfach hingucken. Ja. Scheiß. Scheiß drauf. Wir übergehen das jetzt rein. Wir sind jetzt einfach mal hier ganz mutige Hasen. Oder ganz mutige Pfadfinder. Wir gehen diesen Schritt ein. Wir müssen uns unterstreichen. I'm going to be. 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 Ich höre doch da was, okay. Wir dürfen uns nicht da ein bisschen lassen. Okay. Wir müssen jetzt erst immer strommen. Okay, wir sind gleich unten. Und. Okay. Haha. Killer Clown haben wir dich. Haha. Fortsetzung folgt. Killer Clown. Es gibt keine. Komm, die haben schon XOXO gerufen. Was? XOXO? Ja, genau die. Nein. Mehr seht ihr in der nächsten Folge. Bis bald, Freunde. Bis zum nächsten Video. Bye. Bye. Bye.